Hallo und willkommen zurück. Ich habe jetzt gesehen, dass wir hier doch noch einen Trainer brauchten, und zwar den der schweren Rüstung. Und da stehen wir jetzt auch. Und dann werden wir das auch gleich mal leeren. Naja. Im Moment haben wir natürlich jetzt noch keine schwere Rüstung, aber ich hoffe mal, dass sie dann doch irgendwann mal kommt. Und was können wir hier kaufen? Plus 6 Rüstwert. Na, aber hallo. Das ist eine schwere Rüstung. Kostet halt auch nichts. Widerstand gegen... Ah, ist aber auch verschwindet, das Geld. Wollen wir nicht. Das hier können wir verkaufen. So. Und... Der wollte aber die Lichtmagie erst noch erlernen. Und hier werden wir jetzt gerade noch die andere Quest abgeben. Mit den verlorenen Schäfchen. Ja, was wollt ihr? Verschollene Lämmer. Wagt es bloß nicht, über mich zu richten, bevor ihr die ganze Geschichte kennt. Vor 21 Jahren habe ich Klinge geboren, meine drei wunderbaren Engel, und dann wurden sie mir weggenommen. Deserteure aus der Söldnerschaft, der schwarzen Garde, sind in mein Haus eingedrungen und haben meinen Ehemann ermordet und meine geliebten Jungen entführt, um mein Lösegeld für sie zu erpressen. So, super alt sieht jetzt nicht aus. Ich habe ihnen gegeben, was ich hatte, und damit meinen Haushalt ruiniert. Aber diese Schweinehunde haben mich betrogen. Sie haben meine Kinder behalten und sind verschwunden. Als alle Hoffnungen verloren schienen, hat der Erzengel Michael von meinem Schicksal gehört und Imperator Liam überredet, mir zu helfen. Der Imperator hat jedem eine gewaltige Belohnung versprochen, der meine Söhne finden und zu mir zurückbringen kann. Diese kleine, flüchtige Hoffnung hat mich am Leben erhalten. Es hat sieben Jahre gedauert, bis eine Gruppe von Abenteuern, nicht unendlich der Euren, die Schurken entdeckt und meine Söhne gerettet hat. Doch sie waren verdorben. Sie haben Elrath abgelehnt. Trotz meiner Bemühungen, sie zum Licht zurückzuführen, haben sie beschlossen, wegzulaufen und ihrer Mutter ein zweites Mal das Herz zu brechen. Das war vor fünf Jahren. Vor kurzem habe ich gehört, sie seien auf der Halbinsel und dass aus ihnen Banditen geworden seien Halsabschneider. Meine eigenen Söhne. Einer von ihnen hat sich sogar der drachenverfluchten schwarzen Garde angeschlossen, um Elraths Willen. Und ich soll ihnen das verzeihen? Doch jetzt ist es vorbei. So oder so. Ihr habt die Wahl getroffen. El, die mir nicht offen stand. Dafür bin ich dankbar. Jetzt verlasst mich. Ich muss zu Elrath beten. Na gut. 500 Erfahrungen. Nehmen wir mit. Geld schon mal keins gehalten zu haben. Natürlich. Wer braucht denn auch schon eine Erl-Belohnung? Dann. Rüstung gelernt. Quest abgegeben. Nahrung kaufen. So. Ähm. Dienste. Proviant kaufen. Wunderbar. Die Leute sind sowieso schon müde. Dann kann ich jetzt genauso gut auch weiterlaufen. Und zwar gehen wir jetzt nach Seehafen. Ähm. Ich könnte jetzt hier mal diesen Zauber benutzen. Wenn ich ihn finde. Müsste hier sein. Seelenfanal. Wollt ihr das Seelenfanal hier absetzen? Markierung setzen. Und dann kann ich mich in Zukunft einfach wieder dahin zurückporten. Zum Beispiel um die nächste Bestiarium-Quest abzugeben. Oder um neue Nahrung zu kaufen. Jetzt werden wir auf dem Weg nochmal im Wagen vorbeischauen. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwas. So. So. Wir haben. Den 27. Tag des Smaragd. Hier am Anfang waren auch sehr viele von diesen Dings schreien, wo man Resistenzen von bekommt. Da habe ich jetzt in anderen Gebieten nicht mehr viel von gesehen. Diese Paladin-Quest mit den Geistern könnte man natürlich auch angehen. Aber ich glaube, die Geister sind immer noch ein bisschen stark. Ähm. Experte, Primärmagieber und ich. Handeln. Auftrag der Nagate. Können wir wiederbekommen. Handeln. Handeln. Ähm. Müll, 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 müll. Ne, nur Müll. Num, 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 num. Ne, werde ich jetzt... Ich speichere mal. Ne, ist mir zu blöd. Vielleicht kann man das nochmal abgeben, aber... Ähm, dann... Das wäre natürlich dann eine Möglichkeit, endlich viel Erfahrung zu bekommen, wenn man das wiederholen könnte. Ja, ist okay. Kann ich natürlich während den Ladezeiten noch einfach mal nachgucken, ob man die mehrfach abgeben kann. Kannst du naga-tea-quist-multiple-times... Ähm... So, jetzt gehen wir erstmal... Ja, wir haben halt die Flöte noch. Du brauchst ein Bett, wenn du nicht schaust. Meister Lichtmagie. So, Meister der Lichtmagie. Glückwunsch. Und der kann jetzt... Dort auch sicher neue... Spells lernen. Gruppe heilen. Wunderbar. Auferweckung. Und... Das war's. Und dann brauchen wir noch Erdmagie und das ist in der Klippe. Da können wir aber nicht über diesen Dings mit, äh, hin. Ähm... Dann... Geh' ich jetzt... Geh' mal erst zur Klippe. Mh... Ja... So, was haben wir hier? Naga-tea-quist... Ne... White and Magic... Ansonsten nehme ich die Sachen jetzt an. Dann habe ich das nachher... Mehrfach im Inventar. Und das ist ja auch scheiße. So, da... Gehen wir jetzt... Ich werde jetzt hier zur Klippe laufen. Das ist halt ein ganzes Stück. Mh... Too much sun and wind. Und dann... Danach im Süden diese Höhle machen. Ähm... Klippe dafür müssten wir hier runter. Achso, hier können wir auch mal gerade noch mal... So... Uns die... Zukunft vorhersehen lassen, wenn das denn jetzt funktioniert. Da haben wir auch wieder diese Naga-Tee-Sache. Ähm... Weiß sagen. Das ist doch nicht in der Zeit. Und das hier war sowieso Bullshit. Okay... Ich schreibe mir das nochmal kurz auf hier mit dem Naga-Tee. Äh... Karmal... Bei... Weiß... Saga... Wagen... In... For... For... One... Ich probiere das jetzt mit dem... Mit dem Naga-Tee einfach mal. Guck. Naja, müsste ich überall vorbeilaufen. Ich speichere jetzt. Ich nehme das an. Und wenn ich das jetzt... Wenn ich dann nochmal so einen Quest-Gegenstand bekomme... ...entlade ich. Okay... Ich sammle die nochmal alle zusammen, die mir Tee gegeben haben. Und dann kann ich das nochmal ausprobieren. In einem Zug. Aber ich will da jetzt nicht irgendwelche... Unsinnigen Quest-Gegenstände im Inventar rumliegen haben. So. Was ist dieser hier... Ich definiere mein Tee einfach besser. Was Pardonide, er Documentare mit Ihrem Beinemle. One... Was americh. Wobei, in dem Fall müssten wir ja auch die Quests bei dem einen Typen nochmal bekommen und die werden wir nicht bekommen, dann wird das ein Fehler sein. Und da oben ist ein Eingang noch, wo wir nicht rein konnten. Ist auch sehr seltsam. So. Da war dieser Elemente-Turm. Da müssen wir auch unten rein, oder? Ja, hier scheint so eine Art Zonenübergang zu sein, weil Letta halt böse. Dann gehen wir gleich hier unten in diese Schädelfelsen-Dings rein. Dann mache ich dieses Dungeon erstmal fertig, bevor es dann weitergeht. Dann kann ich ihm wieder eine Sache abhaken. Das ist abgeschlossen. Wo gab's denn diesen Erd-Hoschi? Meister im Kloster. Das ist hier oben. So, dann können wir hier nochmal gucken. Hier haben wir auch diese verborgenen Schriftrollen. Das kann ich auch mal wieder in meinem To-Do aufnehmen. Verborgene Schriftrollen mit der Klippe wird das eingeblendet. Und Elfengiftpilz wird auch bei der Klippe eingeblendet. Das muss ja auch irgendwas damit zu tun haben. Das geht immer noch nicht. Aber da gibt's immerhin noch was im Wasser, wo man theoretisch noch mehr entdecken kann. So, dann wollen wir mal diesen Berg hochklettern. Meister der Erdmagie. Und singen. Und... Ich glaube, die Spells konnte man dann da unten kaufen. Und... Oder war das auch im Kloster der Andere? Naja, aber die... waren irgendwo hier... Es waren nur Luft und... Äh, Wasser und... Irgendwas. Das war diese mit der... Zusätzliche Chance, Gegenstände zu finden. Nein, war sie nicht. Mojo-Haus. Mojo-Haus. Ah, dann war das der... Gucken wir mal, ob er es gleichzeitig machen konnte. Ziele... Ziele... Drachensperren. Drachensperren. Sieht interessant aus. Ist aber leider... Unnütz. Okay, wollen wir nicht. Mh... Zauberlernen. Ja. A Gorbosch. Giftwolke. Breit vor der Gruppe eine giftige Wolke aus. Die drei Runden lang alle Pfannen darin vergiftet. Und ihren... 33 bis 44 Schaden zufügt. Sie nehmen 33 Schaden in allen darauf folgenden Runden. Und vermindert seinen Rüstungswert um 50%. Oh, das ist nicht schlecht. Ich glaube, den kann ich erstmal rauslassen. Ähm... Zauberbuch öffnen. Ja, da. Frage ist, ob das hier stackt, ob die beide treffen. Oder ob das derselbe Effekt ist. Kommen wir den hier mal weg. Diesen Feuer... Gimmel da. Und hier noch Säurespritzer. Der geht dann auf ein einzelnes Ziel. Und senkt da die Rüstung aber immens. Und dann können wir hier auch wieder weg. Die ist hier hoch. Nein. Achso. Da können wir noch... Ähm... Gerade Waffen gucken. Wann hast du die Waffen? Waffen aus zweiter Hand. Eventuell hat der ja was. Operatür. Haben wir nix. Oha. Erbarmungslosigkeit. Einen zusätzlichen Angriffsversuch auf das letzte Ziel jeden Angriffs. Und plus 17 Schaden. Und kostet nicht viel. Kaufen. Das ist so ein bisschen pervers. Wunderbar. So. Jetzt haben wir schon mal hier eine Imba-Waffe. 10 bis 19. Die könnten wir auch direkt verkaufen. Handeln. Ähm... Handeln. Zack. Exzellent. Nachdem ich diese Banditenhöhle... Moment. Was wollte der eigentlich? Ah, ja. Lichtmagie. Genau. Und hier die Punkte noch vollstopfen. Ähm... Stufe 21. Ich kann halt dann auch bald mal diese ganzen Klassenquests gucken, als ich die mache. Die mit dem Paladin, die mit den Geistern. Mal schauen. Mit den anderen weiß ich halt gar nichts, was ich machen muss. Da muss ich mal gezielt gucken bei den Quests. Ich glaube, für diese Ork-Sachen musste man da diese Typen verprügeln. Diese Wellen. Oder war das eine andere Quest? Dies und vieles mehr, da sehen wir nach dem Ladebild schon. So, da... Gucken wir jetzt mal nach. Beförderung zum Paladin ist klar. Rundenfirst. Begebt euch nach Sudgert. Okay, da kommen wir ja erst ganz spät hin. Haben wir auch keine Auswahl zu. Begebt euch nach... Ne, findet das Paukei-Nest. Ist Kriegstreiber. Der ist ganz im Nordwesten. Da habe ich auch noch keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Vielleicht übers Wasser, dass wir hier entlang latschen. Das könnte eventuell... Ach, das war dann die Kriegerquest. Okay. Und dann haben wir... Klingenmeister. Findet den Heiligen Hain. Hallot Hain. Holt euch den Talasylstein. Ah, okay. Das wird euch schmutlich das mit den beiden Elementen sein, die jetzt auch noch zu stark waren. Das wäre halt gut, wenn ich dann noch diese Waffe hätte. Für den. Eine passende. So werde ich das noch ein bisschen schieben. Jetzt wollen wir erst mal hier dieses Schwerter raus. Schädelfelsen. Ich denke doch, dass ich da jetzt die Lösung des Dings habe. Da hatte ich mir irgendwas aufgeschrieben. Schalassa, Ie, Mania, Yumiko oder Himiko. Oh. Oh. Something is living down there. Uh, think again. Yumiko. Uh, think again. Himiko. Oh. Limania. Das wird nicht funktionieren. 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 Nicht, dass ich mich hier verschrieben habe. Das wird nicht funktionieren. Habe ich vielleicht irgendwas, was darauf schließen würde? Shantiri. 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 können wir noch ausprobieren. Bestialium. No. No. Passwort. Passwort. Na, wüsste ich jetzt nicht. Wo wir dann das Passwort herbekommen sollten. Hier gibt's ja ansonsten auch nichts. Hm. Hm. Dann lau ich nochmal zu dem Dings rüber. Ja. Ja. Das war dann da links auf der Seite. Das war hier. Machst man mal so ein Obelisk. Wir können noch ausprobieren. Dann. H. Schiemer. Ja. Okay. Mehr sagt sie dann auch nicht. Hm. Kaspar in Katal haben wir noch nicht gefunden. Ich probier den Satz jetzt nochmal. Äh. Nicht den Satz. Den. Das Hashima aus. Aber wenn das auch nicht funktioniert. Aber wenn das auch nicht funktioniert. Dann habe ich keine Idee mehr. Ja. Ja. Wir sind vorbei gelaufen. Ja. 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 Moment, fragt der unterschiedliche Sachen ab, oder ist das immer derselbe Satz? Nicht, dass sich da, dass er unterschiedliche Sachen abfragt? Weil ich meine, dass er mal mich gefragt hat, wer mich geschickt nennt das Passwort. Nennt das Passwort. Schatz. Dann tun wir dasselbe. Dann muss ich ja an der Stelle erstmal kapitulieren. Schatz. 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 Zwisch. Schatz. 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 Ich nehme mal als nächstes mal diese Orksmetzeln. Ich denke, die bekommen mich jetzt hin. Mein Schaden ist zwar immer noch nicht überreifend. Ich muss mal hier runter. Aber seit dem letzten Mal hat sich da doch schon einiges getan und ich denke, das geht. Keine Ahnung, was das ja jetzt für ein Ding war, aber das nehmen wir einfach mal mit. Einmal rasten. Der Stand gegen Wasser magie. Speichern. Großmeister der Kriegführung. Nächste Seite sind... ...bereits. Dann kommen jetzt erstmal die Gammelgegner an. Dem können wir noch den anderen Zauber auf die Leiste ziehen. Gruppe heilen. Da können wir Flüche aufgeben. Gut, das werde ich jetzt noch nicht so häufig. Ähm... Abwarten. Rack. Na, die tun nichts. Ich fick ja jetzt einfach durch. Weil da kann nichts passieren. Na, lass mich dran. Ja, ja. Lass sie mal attackieren. Ja. 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 So, die nächste Welle. Jetzt haben wir hier ein paar Magier dabei. Der hält sich. Die erste Heilung. Sing. 135. Also. Und getroffen mit ihm hier. Stunt. Oh. Oh. Na, machen wir erst noch den Tod. Wobei, da können wir mal ausprobieren. Gift Wolke. Gift, äh, Gift ist Gift Ähm, Gruppenheiler Okay, man kann sich jetzt selber heilen Jetzt machen wir noch Gift Sprüher dazu Ja, aber das ändert nichts Okay Ich bin so schnell tot, dass sich das Gift nicht lohnt Ja, ich bin so schwer Ich bin so schwer Ich bin so schwer Ich bin so schwer Naja, es lohnt noch nicht mal Quatsch Jetzt können wir einmal heilen Ja, die macht jetzt schon perversen Schaden Jetzt kommen die Dicken Erstmal Rüstung ein und reißen Jetzt ist die Waffe kaputt gegangen Ernsthaft Probier mal trotzdem Werde ich jetzt nochmal die Rüstung reduzieren Vergiften können wir den auch noch gerade So, und er muss Ne, komm mal Ein normalen Heal machen Albtot Der andere ist auch gleich da Den hier haben wir gleich Ja, hat aber gepasst Jetzt kommt nämlich kein Stoppeter Schaden mehr Und damit kann eigentlich auch schon nichts mehr passieren Oh, hello Ja, da Ja, da Ja, da Ja, da Ja! Hmm... Na... Ja! No! Ah, wie soll man auf den? Scheiße. Na, muss man... Heilen. Ja! Gut. Ich noch nicht ganz. Mach mal hier noch einen. Ja, der macht... Generationen an. Und da hat er sich selbst umgebracht. Wunderbar. So... Süden... Äh... Orkdorf... Großmeister... Kriegsführung. Kriegsführung. Der Typ heißt Sandor. Ihr seid tatsächlich wahre Krieger. Ihr räumt euch nicht wegen der Orks, die ihr getötet habt. In der Schlacht gegen einen mächtigen Feind zu fallen, ist eine große Ehre für sie. Jetzt lasst uns über eure Ausbildung reden. Nö, ich wollte nur eure Orks umhacken. Sondor. Sondor. Vielleicht haben die irgendwas, was mich in diese Höhle, in der Höhle weiterhilft. Äh... 400 Erfahrungen. Und die Waffe ist kaputt, ey. Ist das so nervig. Ja... Ja... Running on Mother Earth. Under Father Sky. So... Dann... Hatte ich das in meiner To-Do-Liste drin? Ork-Wellen... Kann rausgelöscht werden. Yippie... So... Dann... So dann... Da ist noch was, was unerkundet war. Ich glaub, das waren auch so Bogenschützen-Typen. Aber gut, Waffe kaputt. Ich guck mal, ob ich in der Stadt jetzt... Ob ich in der Stadt eine neue Waffe finde, beziehungsweise meine Waffe reparieren kann. Und hier kann ich nochmal reingehen. Und schauen, ob ich da mit der Striftrolle was machen kann. Das muss ja auch irgendeinen Sinn haben. Dass das da angezeigt wird. Mhm. Ich denke, dann gehe ich erstmal ins... Elendsviertel rein. Fackelschein. Er steht nicht mehr hier. Oh, ich glaube nicht, dass das hier ein Schloss ist. Gucken wir mal nochmal, ob hier irgendwo eine Geheimtür ist. Das habe ich schon gedrückt. Und den anderen Bereich, den haben wir auch, glaub ich, schon abgesucht. Das habe ich schon aufgemacht. Ist aber auch nichts weiter. Ist aber auch nichts weiter. Aber das waren halt auch sehr fiese Gegner hier drin. Also nicht, dass die schwer waren. Aber die sind halt extrem nervig. Da würde ich schon gerne ziemlich stark für sein, damit ich mich da nicht so abmühen muss. Mit der Mana und so. Und die die aussaugen. Ist mir zu blöd. Tja, was haben da diese Schuftrollen zu sagen? Stufe eins. Bisher hatte ich schon alles abgesucht. Ich guck mal, was hier für Gegner sind. Kondition von Kartal. Stufe zwei. Tja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Verflucht Ja, die Kämpfe gegen die sind noch zu blöd Da warte ich mal, bis ich... Also gut, mal davon abgesehen, dass da eine Waffe kaputt ist Aber da warte ich, bis ich eine bessere Ausrüstung habe Und dass ich die einfach möglichst in ein paar Runden zerhacken kann So, dann gehe ich hier wieder zurück Was ich gerade noch nachgucke, ist Erzmagie Was Grandmaster war Weil das brauche ich eigentlich noch nicht mal weiter zu steigen Glaube ich Weil Grandmaster nicht so besonders toll war Aber steigert sich in weitere 5% pro Fähigkeitenstufe Das ist natürlich dann auch wieder massiv Ja, lohnt sich dann wahrscheinlich schon Diese 10 Punkte dann noch anzustecken Hafenviertel Dann geht's gleich ins Elendsviertel Ja, habe ich in dem Teil jetzt glaube ich nicht so wirklich viel erreicht Besiegen der Gegnerwellen Ah, das war's dann auch Ähm Da geht's raus Anwesen Da geht's ins Elendsviertel Da wollen wir hin Schön Nichts geschieht Da hatten wir schon diese In dem Tag gemacht War das da oben der Rüstzeug Ne, dann muss es da unten gewesen sein Nichts geschieht Wieso geschieht nichts Die Nacht bricht da rein So Reparatur Und Handeln Das Bluten Sclaimer Interessant Interessant Runen Axt Nein Nur Unsinn Schade 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 Reparatur Warten wir Aus So Elendsviertel Und Da geht es dann Beim nächsten Mal mit weiter Bis denn Und Dann Und Und Vielen Dank.